Zum zu dem Rap Boy, NDR hat Klasse, ja Frank Black ist nicht der einzige Spasti da, Frank ist, dass da wirklich Rap auf Deutsch ist, woran es passt auf, dass er uns nicht enttäuscht. Zum zu dem Rap Boy, NDR hat Klasse, ja Frank Black ist nicht der einzige Spasti da, Frank ist, dass da wirklich Rap auf Deutsch ist, woran es passt auf, dass er uns nicht enttäuscht. Frank zu dem Black, du tust auf Kanek, eigentlich bist du Rack der größte Dreck, bei wie vielen Turnieren machst du grad mit? Acht? Du hast ja ganz schön viel Zeit, krass. BDRT, FFB, NDR und FBT, was? Du bist ja so ein richtiger Spast, kannst du mir erzählen, was du da machst? Ob du deinen eigenen Style hast? Hab, wie viele Masi-Moto, du machst es fast viel zu schlecht. Ungepitcht bist du nicht so krass, hörst du das? 16 Bars ballern euch ins Gesicht, du bist ein Feature, ich sage, nee, Bitch, verpiss dich mit deinem schwulen Rap, hier ist Frank und zwar zu dem Black, gib mir jetzt schon den Preis, beeil dich, Digga, ich geh'n gleich. Ich weiß, wer ein Pickel auf seiner Stirn fand, ja, richtig geraten, es war Hirnbrand. Und der eine kauft Facebook Fake-Likes, erst zum Zett, wann ist das peinlich, Digga, häng' dich weg. Die Kernaggression von Justin Bieber ist Albi, sein Vater war wohl Alki, was zum Teufel ist der Hasler? Auch nur ein weiterer Versager. Jimby mag wohl diesen Ochsenknecht und PJ putzt grad meine Rotze weg. Du darfst dich saufen, du darfst dich rauchen, du darfst höchstens bis um 21 Uhr rausgehen. Ich frage mich, was du kleiner erlebt hast, dass du in deinen Texten einen auf cool machst. Zum zu dem Rap-Boy, N-H-R-Klasse, ja, Frank Black ist nicht der einzige Spasti da. Frank, ist das da wirklich Rap auf Deutsch ist, wo Ramses passt auf, dass ihr uns nicht enttäuscht. Zum zu dem Rap-Boy, N-H-R-Klasse, ja, Frank Black ist nicht der einzige Spasti da. Aber Frank ist, dass da wirklich Rap auf Deutsch ist, wo Ramses passt auf, dass ihr uns nicht enttäuscht. Ich habe vor, dich mit deinem eigenen Style zu ficken, also wär's an der Zeit, keine Vergleiche zu kicken. Hallo, ich bin Frank Black, sag nicht, ich bin echt schlecht, sonst ich geh nach Hause und ficke meine Frauen. Ich schwör, ich mach nicht viel Eggmeck, wenn ich hinrotze, macht PJ den Dreck weg. Haha, ich bin cool und ihr seid schwul. Ich mach mit Pitch und Kanak Sprache auf Oldschool. Ich kann nicht laut sein, sonst merkt man mal, dass ich nicht im Bett bin. Ein Video von mir mach ich nicht, sonst merkt jeder, dass ich fett bin. Yeah. Ey, Alter, ich wollte das nicht so direkt sagen, doch meine Stimme ist weg, mir fehlen die Grundlagen. Ich brauch meinen verdammten Pomo, du Depp. Sonst muss ich wieder Bus bauen. Im Bett. Zum zu dem Rap-Boy, N-H-R-Klasse, ja, Frank Black ist nicht der einzige Spasti da. Frank ist, dass da wirklich Rap auf Deutsch ist, wo Ramses passt auf, dass ihr uns nicht enttäuscht. Zum zu dem Rap-Boy, N-H-R-Klasse, ja, Frank Black ist nicht der einzige Spasti da. Frank ist, dass da wirklich Rap auf Deutsch ist, wo Ramses passt auf, dass ihr uns nicht enttäuscht. Zum zu dem Rap-Boy, N-H-R-Klasse, ja, Frank Black ist nicht der einzige Spasti da. Frank ist, dass da wirklich Rap auf Deutsch ist, wo Ramses passt auf, dass ihr uns nicht enttäuscht. Zum zu dem Rap-Boy, N-H-R-Klasse, ja, Frank Black ist nicht der einzige Spasti da. Frank ist, dass da wirklich Rap auf Deutsch ist So, Ramses, passt auf, dass ihr uns nicht enttäuscht